Dieser schicke Ford Focus ST3-Turnier könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wiesmann. Der kraftvolle EcoBoost-Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hinten sind die Scheiben abgedunkelt, das sieht schick aus und lässt die Sonne draußen. Vermächtige Autofelgen unterstreichen den sportlichen Charakter des Wagens. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder, wir haben immer super Angebote. Die überheizen volle Sitze mit Leder-Stoff-Kombination, bieten viel Komfort und jede Menge Seitenhalt. Fussmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Focus ST schützt Sie rundum mit ESP, Airbags, Nebelauf und vorne und der Heizbahnfrontschreiber. Die automatische Klimaanlage mit Polenfiltern zur Führbahn. Zum Soundsystem von Bang & Olufsen gehört auch ein Bluetooth-Freisprecher und ein Navigationssystem. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahme-Preis, auch telefonisch. Mit diesem Preis ist in aller Fokus, dem ST3-Turnier und seiner umfangreichen Ausstattung, werden Sie messlich Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie einfach Probe. Das Team von Giesmann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.